Guten Tag, ich grüße euch zu einem neuen Display. Weil leider mein Pokémon Crystal Emulator irgendwie spackt, habe ich mich entschlossen, ich mache währenddessen, ich mein Pokémon Crystal Save wiederherstellen muss, ein neues Display, und zwar Pack in Time. Ich habe das früher gerne gespielt, als ich klein war, und jetzt werde ich das Let's Playen. Und es geht los. Unser Held Pac-Man war nicht immer der coole Computerspielcharakter, den wir alle kennen und lieben. Äh, nur weil der böse Geisterhexer und seine Funkies der Geistmonster in, äh, keine Ahnung, ihr wisst wie schlecht mein Englisch ist. Ich glaube, ich lasse es mal durchscrollen, ihr könnt es ja übersetzen, falls ihr besser Englisch könnt als ich. Also, mein Englisch ist, wie ihr wisst, total schlecht. Siehe den letzten Crystal Part, Pokémon Crystal. Ja, also was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Ich habe es früher immer gerne gespielt, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ähm, ich glaube, das habe ich, habe ich das schon mal durchgespielt? Ja, ich habe es schon mal durchgespielt, ne? Ja, genau, ich kann mich erinnern. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Semi-Blind, würde ich sagen. Ähm, ich habe das, wie gesagt, schon mal durchgespielt, aber ich kann mich nicht an alles erinnern. Ich kann mich nur an ein paar Abschnitte erinnern, wie zum Beispiel die Pyramide oder den Wald. Aber das werden wir alles erfahren in diesem Let's Play. Und es kann losgehen. So, das Spiel ist so untergeordnet, dass es hier Passwörter gibt, die wir eintippen können. Daher sollte ich mir die Passwörter immer merken am Anfang des Levels und vielleicht auch notieren. Aber ich glaube, am Anfang ist es ziemlich leicht, da werde ich kaum Passwörter brauchen. Okay, fangen wir an. Gut, also die Welt ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Einmal den, ja, den, den, den Strand oder die Wüste, whatever. Dann hier den Strand unter der Wüste. Dann hier die Klärgrube, den Wald, die Pyramiden, das Dorf und die Castle, wo der Endboss sich befindet. Ja, wir müssen uns durch jeden Durchschnitt, ähm, durchschlagen. Fangen wir zunächst mit dem ersten an. Gut, das Passwörter heißt ZFNDW. Wir haben 75 Sekunden dafür Zeit, für das Level. Und es geht los. Gut, also zunächst, ähm, kann man hier so, äh, mehrere Fähigkeiten, sag ich mal, auswählen. Die erste ist das Seil. Damit können wir uns irgendwo hinschwingen. Die werden, die ist, äh, eine der nützlichsten Fähigkeiten meinerseits, finde ich. Dann können wir zum Beispiel hier diese Punkte holen, die hier oben gibt's. Ich hab keine Ahnung, was die Punkte bringen. Vielleicht kriegt man da irgendwie ein Leben, wenn man 100 Stück davon gesammelt hat. Dann gibt's hier noch den Feuerball. Ich glaub, den kann man sich selber schon erklären. Damit kann man gegnerische Monster töten. Aber das kommt alles noch. Es gibt noch mehrere Fähigkeiten. Es gibt, glaub ich, noch den Graben, die Grabenfähigkeit und die Blasenfähigkeit. Klingt so ein bisschen pervers, aber es ist nicht das, was ihr mir denkt. So, ich möchte mir auch die Punkte holen und dann, ja, dann geht's hier auch schon ins nächste Level. Bitte, nein, 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 erst die Punkte, ah. Was, okay. Am Gameball lässt sich leicht spielen. Ich spiele es momentan mit der Tastatur. Eigentlich wollte ich es mit einem Joystick spielen, aber der funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum. Ich hab auch keine Lust gehabt, den jetzt einzustecken. Gut, wir sind auf jeden Fall in Level 1.2. Wir haben wieder 75 Sekunden Zeit und das Passwort ist MRWHQ. 75 Sekunden sind das, glaub ich, nicht, ne? Das ist wahrscheinlich ungefähr eine andere Zeit. Wahrscheinlich alle zwei Sekunden vergeht da eine Zeit. Ich glaub, das wäre auch ein bisschen asozial, wenn der Timer wirklich so gesetzt wäre. So, hier geht's hoch. Da ist eine Plattform. Und jetzt muss man aufpassen, denn jetzt, ah. Also ich muss sagen, ich hab's schon ein bisschen angezockt. Die ersten drei, vier Levels. Daher kenne ich das jetzt schon ein bisschen. Okay, auf jeden Fall haben wir dasselbe auch geschafft. War auch nicht besonders schwer. Jetzt kommt dieses Level, was ich sehr mag. Denn jetzt kommen die zwei neuen Fähigkeiten. Die erste ist die Grabenfähigkeit. Mit der können wir uns, wie der Name schon lautet, uns durch diese Blöcke graben, die hier angesetzt sind. So, die nächste ist die Babbysfähigkeit. Aber die erfahren wir gleich. Hier ist eine Spinne. Hier gehen wir noch erstmal vorbei. So, mit der Babbysfähigkeit können wir nämlich unter Wasser gehen. Und die brauchen wir auch. Denn jetzt, ähm, ja, angenommen, ich hätte die jetzt nicht, dann können die jetzt nicht unter Wasser gehen. Aber wenn ich, sobald ich die einsetze, ermöglicht mir diese Fähigkeit unter Wasser zu gehen. Und ich kann auch gegnerische Monster abknallen, wie zum Beispiel diese Fische da. Ja, und ich glaube, so, das ist jetzt soweit alles erklärt zu dem Spiel. Ähm, ich würde sagen, es kann jetzt losgehen. Ich kenne jetzt die Regeln und es geht los. Ja. Ich glaube, Pac-Man liebt es, Leute zu blasen. So, die Punkte noch einsacken. Na, jetzt aber. Und hier ist auch schon das Ziel. Ja, wir müssen immer an das Exit-Schild hingehen, um ein Level abzuschließen. Das nächste Level, da haben wir die Grabenfähigkeit und das Seil. So, ich glaube, soweit. Bis zu diesem Level habe ich auch gezockt. Ähm, das nächste Level ist wieder Blind, kann man sagen. Oder Semi-Blind, whatever. So, aufpassen. Diese Stacheln da unten, die killen uns, sobald wir die berühren. So, jetzt, äh. Oh Gott, was ist das? Ein Skopion! Komm, ich schleiche mich dann dem vorbei. Wir haben keinen Feuerball, um den abzuknallen. So, hier unten sind Punkte. Ich frage mich, wie wir da drunter kommen. Ich probiere es mal mit Graben. Ah, perfekt. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Ich glaube, es ist hier diese Palme da. Ansonsten könnten wir jetzt nicht mehr nach oben. Na, jetzt, komm schon! So, jetzt, puh. Wahrscheinlich hört man mal in Tassatur getippelt. Das muss doch wehtun. Aua, 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 aua. Naja, egal, ich bin Pac-Man. Okay, nochmal. Ich schleudere mich jetzt bis zum Ziel. Aufpassen. Ach, verdammt. Hoch, da sind ja Fallen. Habe ich gar nicht gemerkt, wo ich das vorhin gespielt habe. Naja, egal. Oh, das war knapp. Fast wäre ich da reingelaufen. Wie ein blindes Hühnchen. Gut, bis hierhin habe ich gezockt. Jetzt ist alles wieder blind, kann man sagen. Okay, hier haben wir jetzt alle Fähigkeiten, den Feuerball, die Grabenfähigkeit, das Seil und die Blasen. Das Passwort ist R, J, B, V, L. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Jetzt müssen wir uns hier mit dem Seil entlanghangeln, sodass wir jetzt nicht sterben. Wie zum Beispiel jetzt gerade fast. Oh! Gerade habe ich die Taste nicht gefunden, mit der ich das Seil aktiviere. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Oh Gott. Oh! Das war auch wieder scheiße knapp. Und wir haben es geschafft. Yay! Nächstes Level. Gut, das sieht jetzt schon mal ziemlich tricky aus am Anfang. Aber ich glaube, hier nach oben zu laufen ist ganz gut. Oh, ein Kaktus. Wenn wir den berühren, sterben wir wahrscheinlich. Genau. An das kann ich mich erinnern. Ja! Das wollte ich nicht. Ich habe... Ich bin falsch gesprungen gerade eben. Und mitten in den Kaktus gelandet. Aber davor stirbt man doch nicht gleich. Ich meine, man leidet schon ein paar Verletzungen, aber... Dadurch gleich sterben, das ist doch... Gut, ich glaube, wir brauchen das Seil. Na, das wollte ich gar nicht. Okay, jetzt haben wir jede Fähigkeit. Ich wechsle sie jetzt. Nein, ich will das doch gar nicht jetzt das Menü aufrufen. Ich will das da machen. Die Musik ist auch wieder sehr schön. Also für eine 8-Bit-Musik. Hm, ich frage mich, wie lange das jetzt gezogen werden kann. Okay, länger geht's nicht mehr. Aua, 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 aua. Oh Gott, das sieht jetzt schon mal sehr interessant aus. Okay. Ich will diese Punkte jetzt einsacken. Ja, die Musik ist nicht so cool wie bei Pokémon. Aber trotzdem mitsingenswert. Gut, das war auch schon Level 1. Äh, noch nicht ganz. Ein Level kommt, glaube ich, noch. Okay, okay, okay. Hier müssen wir ja nach unten. Nein, jetzt habe ich schon wieder dieses Menü geöffnet. Das will ich doch gar nicht öffnen. Was soll denn das? Ich grabe mich jetzt nach unten. Ich grabe mich jetzt nach unten. Aber da geht's gar nicht lang, weil ich keine Ahnung hab. Keine Ahnung hab, ja. Super Deutsch wieder von mir. Huch. Nein, das gleiche braucht man, glaube ich. Haben wir das jetzt? Ja, genau, jetzt haben wir es. Sehr schön. So, und jetzt gehe ich mal wieder zurück und schaue, was es hier noch gibt. Ich verstehe dieses Graben-Dingens nicht. Da kann man sich gar nicht reingraben. Das ist wahrscheinlich ein Fake-Schild oder sowas. Oder vielleicht ist hier irgendwo ein Secret. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass hier irgendwo ein Secret war. Aber ich schaue jetzt auch mal kurz, weil ich gerade so neugierig bin. Wir haben zwar nur noch 21 Sekunden, aber das ist mir egal. Ich will jetzt wissen, wo es da... Ah, unten... Moment, hier vielleicht? Hier nach unten vielleicht? Da jetzt aber? Hier so? Ne, auch nicht. Ach, jetzt komm, spring jetzt. Ba 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 ba. Ich will da nach unten, ich will da nach unten. Ba 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 ba. Anscheinend geht sie nicht nach unten. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir einen Kommentar schreiben. Ich glaube, mich zu entsinnen, es mal gewusst zu haben. Aber, naja, das war schon... Wann habe ich das Spiel zuletzt gespielt? Oh Gott, oh Gott, das war mindestens 2004, glaube ich. Also vor fast 10 Jahren. Boah, die schnelle Zeit vergeht. Das ist echt unglaublich. Naja, gut. Boah, was ist das? Ach, das ist ein Teleporter. Stimmt, das kann ich mich auch noch gut erinnern. Oh, Time. Oh, ein Leben. Oh, ein Penis. Oh, noch ein Penis, Kaktus. Kaktus, ja. Das ist der Plural von Kaktus. Kaktusse. So, nächstes Level. Gut, eben erst mal sich umschauen. Oh Gott, was ist das? Eine Federmaus. Kann ich die vielleicht abknallen? Ich schaue mal schnell. Nee, ich glaube, da komme ich nicht ran, oder? Moment. Wir haben ja genug Zeit. Ach, diese Zeit ist immer bei den alten Spielen sehr beliebt. So, okay. Wo geht's hier eigentlich lang? Ach, da kriegen wir ein Seil-Dingens. Okay. Toll. Und hier verlieren wir sofort wieder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht führt da später irgendwo ein Teleporter hierhin oder sowas. Keine Ahnung. Okay, hier geht's noch unten. Schauen wir mal nach. Oh Gott. Hoffentlich komme ich da jetzt wieder hoch. Oh je, ich glaube, ich habe mich eingesperrt. Ich habe mich jetzt gerade eingesperrt. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Okay, ich kam hier wieder durch. Sehr schön. Okay, hier ist so ein Hoch-Ding-Dingens. Hoch-Trage-Dingens. Wartei war. Vielleicht kann ich hier irgendwie die Fehlermaus... Nein, die ist mir nicht runtergefallen. Verdammt. Nach dieser alten Spiele mit ihren Trageplattformen. Das Spiel ist von meinem Geburtstag. Also das Release-Atom von dem Spiel ist mein Geburtstag. 1993 nämlich. Ach, jetzt komme ich schon wieder nach unten, bitte. Äh, äh, äh. Ne, du, zerquetscht mich nicht. Und schirr bringen. Jawohl, oh Gott, wie kommen wir da jetzt hoch? Hä? Wie kommen wir da jetzt vorbei? Den vielleicht irgendwie abknallen, den Kaktus? Moment. Verbrnnen! Hm, ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir brauchen dieses Seil-Dingens dafür. Moment. Wir haben so ein Grabeteil. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir uns hier... Oh Gott! Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir uns hier runter... Runden... Hier heruntergraben können. Aha! Aha, mein Gedächtnis ist nicht so veraltet, wie ich mir dachte. Diese zehn Jahre, meine Güte. Was habe ich da während dieser Zeit gemacht? Auf jeden Fall keinen Pac-Man gespielt. Oder Pack-in-Time heißt das Spiel. Keine Ahnung, warum es Pack-in-Time heißt. Wahrscheinlich, weil es da ein Zeitlimit gibt oder sowas. Ich will es ganz professionell machen. Ha! Genau so habe ich es mir vorgestellt. Sehr schön. Gut, aufpasst. Ich glaube, hier ist wieder was Fieses. Das Spiel neigt zur Fiesheit. Okay, erstmal brauche ich mir dieses Leben. Und ab geht's ins Ziel! Gut, Level 9.1. Ich glaube, das ist das letzte Level hier. Oh je. Ich glaube, das ist sogar das letzte Level. Gut, das war quasi das Tutorial von diesem Spiel. Gut, hier müssen wir graben oder sowas. Okay. Interesting. Ach ja, hier gab es mehrere Möglichkeiten, glaube ich, oder? Weg dann mit diesem Stein. Das ist doch sowas von unnütig, unnütig, unnütig. Und Teleporter. Wow, er teleportiert uns am Anfang zurück. Sehr sozial. Ich bin begeistert. Konami. Oder Namco, whatever. Also gut, hier ist Wasser. Natürlich können wir, ich glaube, schwimmen lieber drüber. Ach, verdammt. Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Ich brauche wohl dieses Saal-Dingens. Dieses Saal-Dingens. Okay. Ach, hier ist das Ziel. Okay. Aber das ist doch nicht das letzte Level, oder? Ich glaube nicht, ne. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich will noch die Punkte da haben. Keine Ahnung, warum. Ich bin punktegeil. So. Tatsache, das war noch nicht das letzte Level. Aber vielleicht ist das hier jetzt das letzte Level. Okay, hier ist ein Gefahrenschild. Alter. An das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und an diese Raupe auch nicht. Unglaublich. Boah, das war gerade gemein. Ich habe mich so erschrocken gerade. Anleben. Ich brauche leben. So. Das wäre schön, wenn man in Rue live Leben sammeln könnte. Ach nee, hier verlieren wir das Feuerteil. Eine Spinne. Haha. Ich glaube, du spinnst, mich einfach so anzugreifen. So, jetzt geht es hier nach oben. Ja, ich will hier nach oben. Nach oben. Verdammte Palme. Du bringst mich auf die Palme. Oh Gott. Das wäre fies, wenn mir jetzt runtergefallen wären. Na, dann müssen wir wieder hochlaufen. Latschen. Laufen, latschen, whatever. Laufen. Ich will hier da durch. Ich will hier da vorbei. So. Vorsicht, Kaktus. Die sehen aus wie Penisse irgendwie. Mann, ich habe eine kranke Fantasie. Das ist schlimm. So, der wird geschafft. Ach, und die Stage auch. Okay. Dann ist das nächste Level der Strand. Aber das kommt erst im nächsten Part von Pac-Man. Oder Just in... Just in Time? Nee. Äh. Pac-In-Time heißt das Spiel, ne? Ja. Okay, bis zum nächsten Part von Let's Play Pac-In-Time. Ciao.